Was brauchst du, um erfolgreich dein Produkt, dein Service, deine Dienstleistung zu verkaufen? Brauchst du ein Programm? Weiß ich nicht. Stellst du die Frage, ob du noch nicht genug Wissen hast? Keine Ahnung. Ist dein Produkt noch nicht hundertprozentig sauber? Mag daran liegen. Aber letztlich, was die Leute kaufen, ist du. Bist du. Es kommt auf dich an. Natürlich ist es wichtig, was du ihnen verkaufst und dass du dich damit sicher fühlst, dass du weißt, was sie für einen Mehrwert dadurch bekommen oder dass du es auch mitteilen kannst. Aber letztlich, was die Leute anspricht und auch was sie Lust haben zu arbeiten und warum sie Lust haben, mit dir zusammen zu arbeiten, ist letztlich dein Charakter, deine Persönlichkeit, deine Stärken, dein sympathisches Auftreten. Und das ist alles, was zählt. Also, mach dir nicht mehr so viele Sorgen, was du verkaufst, sondern eher, wen du verkaufst.